Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar, wie ihr seht, es gibt einen neuen Upload-Plan und zwar, wie man wahrscheinlich sehen kann, montags 13 Uhr Sims 4, 16 Uhr LP mit Lisa und zwar, das Ganze ist diese Minispiel-Reihe mit hier Tales of Escape oder sowas Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, da testen wir so kleine Minispiele, kostenlos oder nicht kostenlos, die nicht so lange gehen, vielleicht gehen sie doch mal länger Aber auf jeden Fall ist das so ein LP together So, Dienstag geht es dann 14 Uhr mit Schwarze Witwe-Challenge weiter und Dienstag um 15 Uhr Tomb Raider Mittwoch und Donnerstag immer um 14.30 Uhr Deponia Doomsday Finde ich voll cool, dass ich das hier so länglich gemacht habe, aber ja, okay Mittwoch kommt halt nur ein Video, ich meine, elf Videos in der Woche, das ist schon ein bisschen was Mittwoch ist halt nur eins, am Donnerstag kommt dann halt auch um 14.30 Uhr Deponia und um 16 Uhr das LP mit der lieben Lisa Dann Freitag um 13 Uhr die Sims 4 und um 15 Uhr kommt dann noch Tomb Raider Und am Samstag 14 Uhr Schwarze Witwe-Challenge und auch nochmal Tomb Raider Also dreimal Tomb Raider in der Woche, weil das Spiel ist ja schon sehr lang und zweimal würde ich jetzt so wenig finden Es sind zwei Videos weniger in der Woche Und zwar habe ich das jetzt mal gemacht, damit ich einfach mal ein bisschen mehr Zeit so für mich habe und sowas Und vor allem auch für die Schule, weil ich schreibe nächste Woche, also ich nehme das gerade so am Samstag auf Heute ist der 11. bei mir Und nächste Woche schreibe ich nämlich meine Abschlussprüfung in Deutsch und darauf die Woche noch Englisch und Mathe Und da möchte ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit für mich selber so haben Ich hoffe ihr seid mir nicht böse Wie gesagt hier, habe ich schon noch gar nicht gesagt, aber ich bin ein bisschen dumm Alle Angaben sind natürlich ohne Gewehr, also hier auch mit dem Lernen oder sowas Wenn Schule, wie gesagt, ist mir wichtiger Ich mache das ja hier als Hobby und ich mache das ja nicht als Beruf oder sowas Und da ist mir dann Schule oder sowas dann halt doch schon wichtiger Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Bis zum nächsten Mal Ich hoffe wir sehen uns in einem neuen Video Tschüss